Ja, wo sich der Gaul herausstellt, da ist der Bus-Kipp. Ne, das ist ein normales Game, ja. 3.33 oder so, das ist die, ich glaube das ist die Standard-Karte, das ist nicht die Große. I'm coming. Nenne ich diese Mondsicher-Viecher? Hm, kommen noch. Okay. Okay. Ja, da sind sie. Ja, die durch das Schild prügeln können, die Patzen. Yeah, was? Achso, ich bin schon im Wunder, wo die Animation bleibt. Warte mal. War das eben ein 360-No-Scope-Versuch, Felix? Warum? Ne, denn in der Figur hat sie so komisch gedreht. Das wackelt ein bisschen, aber das war's. Ach, das ist so ein hessischer... Ah, okay. I see what you... Kann man den Baum nicht einfach umprügeln mit einer Keule? Das wird nichts bringen. Hm, das ist doch keiner. Ach, ne, mpizzi. Darksword? Wann ist das Darksword zu groß? Ach, scheiße. Ich hab ihn gerade. Ja, ich... Boah. Oh, das ist doch ein blöde. Oh, das sieht aus wie das Darksword, oder? Was der da hat. Oh, Mann. 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 Ja. Das ist mit Feuer. Welchen Boss willst du denn als erstes machen? Äh, den, den du empfehlen würdest. Dann gehen wir erst oben ins Kolosseum. Das wollte ich hören. Hey. So, hinkucken, wo ich laufe. Oh, der wird da hinten sein. Nämlich über. Boah, leveln hier. Die Steuerung ist scheiße hier im zweiten. Find ich zumindest. Ja, das gehen allgemein. Nee, da, wo ich hin will, geht nicht so einfach. Wo ist denn der? Ich bin noch oben am Wald entlang. Okay. Du bist wieder zurück. Hier unten gibt's noch lang. Ja, ist recht. Giftiges Moos. Ohne Moos nix los. Das bin ich nicht. Das ist der schüchterne Ray. Der Penner ist ein fully-fledged Pyroman-Sider mit Chaosflame. What the fuck? Oder, oder Inferno, wie der Ding heißt? Ein Feuersturm ist das sein. Ali nix schuld. Ali nix kaputt gemacht. Ich bin drauf in den Wald mit Feuer spielen. Kann der... Ah, hallo. Hui. Oh. Oh. Oh, Mann. Ex-Term, komm jetzt hier. Hör auf, mich zu ignorieren. Hör doch, was geht. Ach, shit, ich hab... Hm, egal. Du, 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 du... Ey... Achso. Hier geht's nicht zum Kolosseum lang, ne? Doch. Uh. Bleib, lauf nichts weiter vorne. Ja, dann fertig. Warte mal, aber da unten ging's ja auch noch lang, hier. Ach, jetzt hab ich... Scheiße, das wollte ich doch gar nicht. Also. Ja, ne Peitsche. Toll. Sind noch die drei... Ne. Dann kommt... Der erste kommt hier. Ach, die sind nicht mehr rot? Die waren noch nie rot. Doch, im 360-Teil waren die rot. Nein. Und auch schwarze. Ja? Ja. Irgendwo waren da rote, die immer von den Pillars runtergesprungen sind. 100 Pro. Da gibt's einen nachher auf dem anderen Weg, der kommt schon mp10-rote an. Ja, aber... Da waren doch rote immer, oder? Klasse. Nee. Ich weiß, 100 Pro. Oh, du... Hallo. Oh, Mann, ich hasse die Steuerung, Alter. Dass man noch im letzten Moment daneben prüfen kann. Das hat einen anderen Toleranzbereich. Uh. Ja, klar, den kann ich nicht mal prügeln. Ach, Aufgabe erfüllt. Nein. Ich will es nicht. Warte mal hier. Nee, der hat ein kleines Rufsymbol. Deswegen. Ich habe das ein paar Mal versucht und habe dann irgendwann den Gegner rumgeschafft. Das hat mein Gast nämlich auch gerade durch die Brume versucht, das zu mitteln. Ach, das ist die, aus der ich gekommen bin, wo ich runtergesprungen bin. Das. Was ist denn das Schild her? Hä? Was ist denn das Schild her? Das war ich doch schon die ganze Zeit. Echt? Das ist das Turmschild von den... Rittern. Ja, wo du mit dem Königsweg durchwurrst, ja. Bei den Türen. Äh, genau. Wo? Das was aussieht wie vom Berserk, oder? Ja, ist mir zu schwer mit 22. Und macht irgendwie nicht genug Damage. Ja, da musst du noch Geschicklichkeit und... Stufe 10, habe ich nicht mal. Nee, das Schwert. Siehst du, ich habe nicht mal 10 Geschicklichkeit. Zweihänder. Das ist doch nicht das Berserk, äh, Schwert. Ja, das meinte ich, ja. Sind beides die gleichen. Ich muss jetzt mal pushen. Das liegt nie jetzt schon wieder. Das ist halt... Also... Das scheiß Loch in der Höhle, ey. Boah, diese Steuerung, alter. Lass uns dahin schlagen, wo der Spieler hingeht. Das macht voll Sinn. Das ist vor Advanced Players irgendwie. Bis zum nächsten Mal. ja komm ja komm Idem an Spagat Oh fuck. Ja. Hat schon wieder Prozentsatz überlebt. Blöde Fotze. Nein, ich hab keine Ausdauer hier. Oh shit. Oh, ich muss mir in Konditionen ballern. Was bin ich in Ruhe? Aber jetzt kann ich... Hm. Durch dich und durch, Felix. Ich muss jetzt erstmal heilen. Das war jetzt minimal überlebt. Ja, wir beide hatten ähnlich wenig Energie. Ich konnte alles nicht blocken, weil meine Ausdauer nicht wieder hochging. Und der folgte einem wie so ein dreckiger Stalker. Ja, wir sind so weit nach vorne gekommen. Alter, was? In der Rolle macht er mir noch Schaden? Fick dich, man. Ich hasse diesen Anpassungskill. Wenn du eine bessere Rolle, äh... I-Frames willst, musst du da was reinpumpen, Junge. Mir geht das allgemein auf den Sack, dass du... Äh... ...ein Skill hast, der deine Rolle verbessert. Von den Unbesiegbarkeits-Frames. Total bescheuert. For me once, shame on me. For me tol... äh, shame on you. For me twice, shame on me. Was hat der denn da für ein Schild? Ist das ein Schild aus diesem... Der hat ein Relikt-Schild? Hast du hier ein Kombinion in diesem Ding, oder? So. Nee, du... Das Schild von dem kriegst du, wenn du... ...wenn du... ...wenn du... ...wenn du... ...wenn du... ...könig Vendrick gehst. Das sind da auch noch zwei Viecher, die diese Schilder haben. Achso. Ich bin froh, dass ich rausgefunden habe, wie man's ändern kann. Ich wollte... ...ich wollte als hier so springen. Na auf B, wie es dich gehört. Ja. Mir geht's auf den Sack. Ich will mit dem Linken vernünftig lenken. Und nicht nur reindrücken müssen. Und dann meinen... ...meinen Sprung verkacken. Weil ich dann irgendwie... ...mich verlenke. So. Keine Ahnung, warum ich hier Gänge baue, die dann hier irgendwie zu sind. Aber gut. Okay. Das lassen wir erstmal pulsieren. Hey, unser Taxi. Ich bin mal ganz schön flott unterwegs hier. Nein. Verpiss dich. Was? Ey. Boah, ich hasse diese... Herrgott-Sakrament-Steuerung, ey. Wollen wir das nicht ändern? Scheine. Das ist ein Treppen, Alter. Scheine. Das ist ein Treppen, Alter. Ich hab' ja gesehen. Der benutzt mal den Hebel schnell. Ich kann grad nicht. Ich hab' hier... Oh. Quack, 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 quack. Hast du noch reingekommen? Ja, ja. So. Jetzt wird der Gaul erstmal... Stopp. Oh, Mann. 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 Nein, aus dem Rennen. Wurde ich schon mit 33,5? Meine Keule ist in Gefahr. Ah, ist das zum Kotzen? Das ist ein Teueres. Da reicht die Keule gerade mal bis zum Endgegner. Mann. Oh, die Steuerung. So, man jedes Mal... anhält, wenn man kippelt. Okay. Wer klimmt den Baum fest? Ui! Do not hurt me. Alter, wieso zieht meine schwere Attacke genauso viel ab wie die normale? Nämlich irgendwas in die 40%. Allergy versteht nichts. Joa. Irgendwie kann ich ihn nicht verletzen. Ich auch nicht. Eilert. die ich brauche das Tier dann endlich mal hieß es eine razzia die nur alles mit die stelle besonders mit seiner fähigkeit die märz zuvor es wird er wird halt nicht mit jedem ich stehe es irgendwie anders und quatsch irgendwas und sagt irgendwas in der anderen spaßiges und der dann halt so ach du komm und schubst dann so und löst dann die attacke aus deswegen ist er schüchtern falsche richtung einfacher immer mitten ins kifft rein kopf 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 Ich muss da noch meine Lebensstähne wieder auffüllen. Ist der vergiftet? Wer? Ach ne, das sind die verzauberten Attacken oben. Das Geräusch kam mir vor, als ob es dieses Giftgeräusch aus dem ersten Teil ist. Was sind deren Waffen, die so das Geräusch machen? Ja, ihr Minderheitenprügel! Der macht da auch nur seinen Job. Ja, sich prügeln lassen. Hm! Was sind wir? Das nennt sie auch die Beruhigungskeule. Sehr beruhigend, die zu haben und der wie. Jupp. Ja. Jetzt wird's nur. So. Neu. Kommt man noch von da nach da unten? Ohne zu springen? Gut. Ach, hier ist ein... Obala, das hab ich gar nicht mitgekriegt. Mann, was zum... So. Beruhig dich mal, Junge. So hab ich die Dinger hängen. Ey, warte! Boah, jetzt bleibt der an der Kante hängen. Glaub ich das jetzt net. Bei mir hast du einfach nur ne Rolle in den Tod gemacht. Ne, der ist bei mir gelaufen und hängt am Blatt an der scheiß Kante hängen. Wie geil! Ah, ich darf zum Kotze diese Scheiße. Wie geil! Da muss man drauf achten, das kommt öfters vor. Ja. Wenn viele Kanten einfach... Ich weiß. ...hängebleibst. Das heißt ja auch Cunt Souls, ne? Hm. Ah ja. The jokes are strong in this one. Then I will do so. Kriegekragelicht. Achso, ich muss das Ganze lesen. Lesen. So. Oh, jetzt sind wir fast ausgeglichen, Felix. Wie meinst du das? Aber ich bin früher gestorben, aufm Weg dahin. Oh, aber nicht viel früher. Im ersten Schritt. Im ersten Schritt. Oh. Oh. Fast zum... Oh. Danke. Dann wollte ich ausweichen. Denk mich so, woran geht's nicht weiter, after Felix. Ja, ich war grad aufm Schmiddling abschießen. Man sieht doch das dicke Vieh. Wie auf einen Zugestürm kommen. Wie ein Wildschwein. In meiner Richtung gucke. Wir spielen nicht Dark zur Drückwärts-Challenge. Nee. Oh, der kann sogar zielen. Ups, nein. Oh, Scheiße. Was die anderen nicht mehr gibt, so richtig, ne? Cool, meine Keule leuchtet weiß. Was? Taschlampe der Gerechtigkeit. Ich kann den Humor sogar verstehen, ich hab den selber manchmal. Guck mal. Deswegen macht's ja Sinn. Ui. Was macht der denn hier? Wie geht der denn hier auf? Alter, ich komm nicht mal hinterher. Geht doch. Stimmt, man kann ja von da oben sich einfach reinfallen lassen. Hehehe. Aber wie kommt man nochmal in die Höhle dort? Welche Höhle? Da kommst du, wenn du von oben rein springst. Kannst du da oben rauskommen. Achso, okay. Ja. Ey. Alter Verwalter. Ey. Alter Verwalter. Ey. Das ist nicht wahr. Doch. Entschuldigung. 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 Ja. Und wie ist das Flak, wo müsste ich eigentlich noch hinkommen? Hast du keine Steine mehr? Doch. Ich hab noch ein paar Steine. sind mal körper sind bei facebook oder hast du es auf dem handy da habe ich auch schon eine zeit wenn das in kalf aushelfen jolly co-operation der hier doch ich kann nicht meinen charakter von der 360 hier auf transferieren das geht nicht auch nicht bin kurz vorm ende vor der nashantra wie die heißt aber die fickt mich so hart keine lust das wurde ihm auch gefallen im dritten und den mache ich jetzt am wenigsten zeit im zweiten habe ich am wenigsten oder nee doch im dritten ja da habe ich ein dexbild angefangen und dann jetzt irgendwie keine lust mehr haben sie ja genervt glaube ich ja ich lass mich nicht stackern wöw wöw hast du eine große keule ist mir doch egal wöw wöw oh scheiße nein oh shit er hat schon wieder nur einen fitze Energie fickt hey oh wöw 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017